Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute aus dem Wald. Heute wieder joggenderweise und nach dem Intro erzähle ich ein bisschen mehr. Heute hatte ich eigentlich gar keine Lust auf meinen Trainingskeller. Scheiße da, immer da auf einem Ort zu verharren ist Käse. Deswegen bin ich mal in den Wald gegangen, versuche mal ein bisschen zu laufen. Ist nicht so einfach, weil ich meine Knie noch aufpassen muss, aber ich versuche mal so langsam vorwärts zu kommen und dann sehen wir mal, wo ich lande. So auf Workout-Geschichten oder so habe ich irgendwie auch keine Lust gerade. So eine Liegestütze oder so ein Käse. Ich laufe einfach mal, mal gucken wie lange ich unterwegs bin und dann sehen wir mal, was passiert. Das ist heute angesagt. Und ihr, ihr könnt es auch. Also wenn du jetzt dieses Video siehst, kannst du auch mal die Dinger da anschnallen, die Schuhe und kannst mal losgehen. Wenn es am Anfang nur Walking ist, später Jogging, auch alles gut. Also Sport machen und runter vom Sofa vorher natürlich. Auf dem Sofa Sport ist was anderes. Bis gleich. Ich bin jetzt eine gute halbe Stunde unterwegs. Knie hält, wundert mich total. Das Knie ist echt ein Mysterium bei mir. Manchmal hält es, manchmal zwickt es. Kann ich nicht so richtig einschätzen. Beim Arzt war ich natürlich noch nicht, ist ja klar. Zum Arzt haben wir keine Zeit. Na ja, muss ich aber früher oder später sowieso hin. Ist egal. Aber heute läuft es ganz gut. Ich habe ein gemächliches Tempo, das ich hier angelegt habe. Und da mache ich jetzt mal eine Meter. Eine halbe Stunde, wie gesagt, bin ich unterwegs. Mal gucken. Eine dreiviertel Stunde, Stunde werde ich bestimmt schaffen. Hoffe ich. Mal gucken. Vielleicht zückt es ja wieder im Knie irgendwann mal demnächst. Mal gucken. Ja. Also ich bin on the road. On Tour. Hier beim Sportvlog. Nach einer dreiviertel Stunde laufe ich immer noch und immer noch mein Knie top. Ich bin auch echt scheiße langsam unterwegs gerade. Ich gehe ja fast. Aber macht nichts. Ich komme trotzdem ein bisschen ins Schwitzen. Und Sport ist es auch. Hauptsache was getan heute. Und da habe ich mir die Fresserei nachher verdient. Ganz wichtig. Ich bin ein Allesfresser. Alles was da ist, wird weggehauen. Und dafür muss ich vorher Sport machen. Ja. Wenn du auch Allesfresser bist, davon gibt es bestimmt sehr viele, dann gib mir doch mal ein Like für das Video. Einfach mal so. Auch wenn es dir nicht gefällt. Einfach mal Daumen hoch. Egal. Ich lauf mal weiter. Wir sehen uns gleich. So. Jetzt bin ich bei meinem Auto angekommen. 50 Minuten bin ich gelaufen. Ganz gemächlich. Am Ende hat das Knie doch ein bisschen gezwickt. Aber nicht so schlimm. Alles gut. Hoffe ich. Hoffentlich geht es nicht weiter. Nachher tut es auch hoffentlich nicht weh oder so. Naja. Ich fahre jetzt heimwärts. Und dann war das mein Sport für heute gewesen. Alles super. Bis dann. Cheerio Miss Sophie. Jetzt dürft ihr immer nachmachen. Bis dann. từ.